ausgangspunkt für diese woche war ein washi tape sample was ich von der lieben jen vom kanal kaffee liebe lei bekommen habe und zwar dieses wunder wunderschöne galaxy tape also an dieser stelle liebe jen vielen lieben dank dafür noch mal ja und das wollte ich auf jeden fall mal verwenden und genau das hat so die grundlage für diese idee gebildet und genau ansonsten wer mein starter philofax hall ja damals gesehen hat vielleicht hat ja auch gesehen dass ich mir diese weltraum briefmarken geholt habe und hier habe ich mir jetzt ein paar zurechtgelegt die farblich dazu passen könnten und ich dachte die mache ich hier irgendwie noch so als deko element mit drauf oder so mal schauen dann ist gestern auch das besagte stempelzeit angekommen wovon ich glaube ich letzte woche schon erzählt hatte und zwar ist das dieses stempelzeit hier und zwar ist das von live love paper in zusammenarbeit ansteigt mit studio calico vielleicht sagt euch dass er irgendwas keine ahnung mir hat es vorher nichts gesagt ich habe eigentlich nur so nach musterstempeln geguckt weil ich das im video von der lieben mir vom kanal masking mir gesehen hatte dass sie das so als hintergrund highlights verwendet keine ahnung wie man das nennt um sich eben bestimmte termine oder tage zu markieren und das ashley goldberg set war ja eigentlich überall ausverkauft irgendwie und deswegen habe ich eben eine alternative gesucht und habe eben dieses set gefunden am anfang war ich ein bisschen traurig dass es doch so klein ist aber im endeffekt passt es sehr sehr gut eigentlich in meine woche auf einer seite und insofern freue ich mich sehr darauf die mal zu verwenden ja diese sprüche hier oben mag ich irgendwie nicht ganz so gerne also ich kann mir schon vorstellen dass irgendwie zu verwenden aber ging es vorrangig um die stempel und um diese sprechblasen die fand ich auch sehr sehr cool und genau dazu habe ich mir dann auch zwei jobs wieder zurechtgelegt in der farbe einmal pretty petunia und einmal pink petunia tada genau passend zu dem galaxy tape dachte ich das rosa ganz gut passen würde und hier habe ich mir einfach ein paar rosane tapes zurechtgelegt und dieses neue tape hier was ich mir gestern geholt habe und ja mal schauen also alle werden sie auf keinen fall zur verwendung kommen da muss ich einfach mal gucken was am besten passt gerade ja ansonsten sind ja bekannte sachen die brauche ich euch nicht zu zeigen jede woche irgendwie außerdem das besondere an dieser woche ist dass wir uns wahrscheinlich eine project life karte selber basteln werden weil ich einfach keine karte gefunden habe für diese woche die irgendwie einigermaßen dazu gepasst hätte ich habe zwar diese karte hier mit den stern aber irgendwie finde ich sie gar nicht so toll also das ist auch aus diesem aquarell set aus einem der beiden sets keine ahnung ehrlich gesagt und deswegen ja wie gesagt wird diese wochendekoration wahrscheinlich ein kleines do it yourself beinhalten womit wir auch glaube ich auch direkt loslegen und zwar nehme ich hier als papier ein papier von deleter was ich habe das hat eine postkartengröße und ich dachte ich halbiere das einfach einmal für die rückseite und einmal für die vorderseite ich hatte das ja als ich meinen eckenabrunder bekommen habe schon mal probiert als ich noch nie eine project life karte noch in der hand gehabt habe und zwar sah das so aus und genau das also diese technik wende ich ja heute an um so ein galaxy hintergrund zu erstellen sozusagen genau und da dann da ich ja nagellack entferner und copies dazu verwenden werde sieht die rückseite dementsprechend so aus und deswegen brauche ich auch noch eine rückseite genau ja ich würde mal vorschlagen ich teile das papier erstmal in zwei teile das würde sich am ehesten anbieten so das habe ich jetzt in zwei teile zerschnitten wir nehmen uns jetzt erstmal die eine hälfte davon und zwar habe ich mir diese copies hier zurechtgelegt zum einen so richtig dunklen blauton das ist die b 39 dann zwei lila töne einmal bv 08 und v 04 dann ein blauton b 18 ein rot ton rv 29 und ein rosanen ton mit er 85 als nummer wie vorhin schon angesprochen ist das andere ding was ich dazu brauchen werde nagellack entferner und ein pinsel außerdem noch deckende weiße tusche ich benutze hier die von dr ph martins das pen white und eine alte zahnbürste und ja so und zwar habe ich hier die copy chow variante und das besondere an der ist dass sie so eine art pinsel spitze hat die relativ weich und biegsam ist und ja ich lege hier los mit der dunklen blauen farbe und male mir hier einfach so ein paar blaue stellen rein so also einfach wie so ein paar wolken irgendwelche kleckse einfach ein bisschen drauf malen dann nehme ich mir die etwas hellere blaue farbe und verteile sie auch so ein bisschen an den rand von diesen blauen also ich umrande das dunkelblaue mit dem helleren blau einfach und das muss auch alles überhaupt nicht ordentlich sein weil es am ende eh nicht mehr erkennbar sein wird was was ist weil es alles verschwimmt und eins wird irgendwie das hat sich eklig angehört also da braucht man auch echt kein künstlerisches talent dazu ich behaupte einfach mal das könnte jeder und ja genau also das sieht dann ungefähr so aus bei mir dann nehme ich mir das dunkle lila und mache auch so ein paar kleckse einfach damit rein das kann sich auch gerne mal überlappen oder so das ist überhaupt kein problem und dann nehme ich auch das hellere lila und verteilt das auch überall wo ich das hin möchte wo ich das hin haben möchte das jetzt irgendwie kein richtiges lila sondern eher eine rosa aber ja nicht so schlimm so ungefähr dann nehme ich mir hier das was ich eigentlich als rosa genommen habe ich verteile das hier auch so ein bisschen also es muss wirklich überhaupt nicht ordentlich sein wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt so und dann am ende kommt mein rv 29 und das verteile ich hier noch so ein bisschen so vielleicht das kann man ja auch am washi tape auch ganz gut erkennen weil hier sind auch immer mal so ja rötliche rosa eine galaxie denke ich mal die in weiter ferne sind so ungefähr genau so sieht es jetzt am ende bei mir aus bei euch kann es natürlich falls ihr das irgendwie nachmachen wollt ganz anders aussehen das ist überhaupt nicht schlimm und jetzt habe ich hier komplett übergemalt naja gut der nächste schritt ist wir nehmen uns den angellack entferne und ein pinsel ich habe hier so einen ganz alten ranzigen pinsel noch aus der schulzeit ist es total egal das muss kein super teurer fancy pinsel sein und ich tun hier das einfach rein und verteilt das und so entsteht ein ganz toller effekt und zwar passiert das weil copic marke ja auf alkohol basis sind deswegen verläuft das alles so voll schön miteinander und das ist ein effekt den kann man halt einfach nicht ganz so gut kontrollieren also man kann sich zwar mühe geben und weniger oder mehr nagellack drauf machen nagellack entferne ich glaube ich mache mir kurz mein brett mal weg ja und je mehr nagellack entferne man denn dementsprechend nimmt umso größer werden die kleckse oder umso kleiner dann eben so verläuft das eben alles ineinander rein und ich finde das hat irgendwie einen sehr tollen effekt und das kann eben wie gesagt jeder nachmachen es ist irgendwie jetzt nichts besonderes dazu braucht man eben nur ein paar marke auf alkohol basis und die sind leider ein bisschen teuer aber wenn man spaß hat an sowas könnte man ja da auch rein investieren falls ihr euch wirklich copic marke besorgen wollt und noch keine habt und ja in so ein kreativ geschäft reingeht lasst sich von den preisen nicht ganz so sehr abschrecken also online ist es noch mal 1000 mal günstiger ich glaube bei idee kostet ein copic marke über 4 euro also der die billigste variante in dieser ciao ausführung die ich habe aber das findet man wie gesagt online alles sehr sehr viel günstiger es gibt eine plattform die heißt projekt vielseitig und es gibt eine dazugehörige künstlerplattform ich glaube die heißt kario oder so c a y o w und wenn man sich da ein account einrichtet man muss auch kein bild hochgeladen haben oder so also das ist vergleichbar so mit deviant art oder animax falls das irgendwer kennt und falls man da ein account hat kriegt man in diesen shop also bei projekt vielseitig noch mal rabatt von zehn prozent glaube ich und somit kommt man auf einen stolzen endpreis für ein copic copic ciao von 280 glaube ich und das ist im deutschen raum auf jeden fall so das günstigste was man finden kann und falls ihr euch eben copic ciao besorgen wollt dann macht es auf jeden fall auf diese art und weise weil das ist auf jeden fall der günstigste weg den ich kenne und ich habe ja relativ viele copics also ich habe natürlich nicht alle farben aber ich habe relativ viele farben weil ich ja ganz gerne mangas zeichnen und illustrationen so wenn ihr dann irgendwann mit euren klecksen zufrieden seid können wir dann auch zum spaßigen teil kommen nämlich den mit der weißen tusche und zwar habe ich hier eine alte zahnbürste die ich für sowas immer verwende weil ich benutze den effekt auch ganz gerne mal in meinen normalen bildern weil es so einen schönen mädchenhaften effekt gibt ja und ich habe jetzt auf die zahnbürste einfach so ein bisschen farbe hier drauf getröpfelt und hier kann es jetzt eigentlich losgehen dass man anfängt das so random ein bisschen rumzuspritzen und das macht spaß und ist voll super so wenn das irgendwann fertig ist sieht das irgendwann so aus und dann kann man sich noch einen dünnen pinsel nehmen und ein paar größere sterne hinzufügen sozusagen zum beispiel hier mal ein stern daneben ein noch ein so oder mal so einen richtigen stern dingens bla ja einfach ein paar random weiße punkte verteilen mehr ist es eigentlich nicht dann sieht das am ende ungefähr so aus und das ist eigentlich schon das endergebnis für die vorderseite was ich mit der rückseite machen werde weiß ich irgendwie noch gar nicht so sehr vielleicht mache ich mir einfach so ein rand daraus aber das mache ich jetzt auf jeden fall im schnellen durchlauf also viel spaß so während jetzt diese beiden bestandteile meiner project life karte trocknen legen wir jetzt einfach mal los mit der eigentlichen wochendekoration ja und zwar habe ich mir jetzt überlegt dass ich als untergrund sozusagen ja hier oben und unten die beiden farben verwenden werde und dann das galaxy tape oben drüber machen werde genau ach ich mag diese mt tapes dieses andere graue was man gerade gesehen hat weiß nicht ob es man also dieses hier habe ich jetzt auch gestern bei meinem ausflug mit der lieben ehla gemacht weil sie mich ja gestern in erfurt besucht hatte und genau da habe ich mir mal wieder ein paar neue tapes zugelegt äh ich kann sie euch hier mal kurz zerlecken und zwar sind es diese hier gewesen und sie sind alle voll schön und ich freue mich drauf sie alle zu verwenden weil das wird wundervoll genau wir haben nämlich zusammen noch einen anderen laden entdeckt der auch washi tape hat von dem ich noch nicht wusste dass er washi tape hat ähm und ja dementsprechend war ich begeistert sehr sehr begeistert genau ähm das video hier wird wahrscheinlich erst am montag freigeschaltet werden weil ich war gestern abend auf einer geburtstagsparty und ähm ja dementsprechend bin ich heute nicht ganz so gut aus dem knick gekommen äh deswegen hoffentlich wartet jetzt niemand irgendwie darauf weil letzte woche kam es ja auch schon irgendwie kurz vor mitternacht ähm ich glaube bis ich hier heute fertig bin mit dem video an sich dann das ganze noch schneiden und rendern und hochladen ähm ähm ist es bestimmt auch schon wieder ähm ähm mit einem hochladen dauert es ja eh bei mir immer sehr sehr lange deswegen wird es glaube ich erst morgen kommen weil ich glaube es hat irgendwie keinen sinn ein video ähm so spät freizuschalten ich habe irgendwie das gefühl das sehen irgendwie nicht ganz so viele leute dann oder so aber ich weiß nicht ob es ähm ähm stimmt hier hatte ich noch einen kleinen druckrand und das nervt so dann mache ich das hier erstmal hier oben hin und das ist so schön und wie ihr wahrscheinlich hier schon gesehen habt dieses wunderschöne CC Share Tape ist das ja glaube ich ist auch so schön oh mein Gott Jen vielen vielen Dank dafür und sie hat mir noch so viele andere kawaii Sachen geschickt und das ist so lieb vielen vielen Dank da habe ich mich echt gestern sehr sehr gefreut darüber dass das Stempelset und mein Tauschbrief mit ihr angekommen sind das war ein guter Tag so dann nochmal jetzt hier unten es ist immer ein bisschen schwierig mit ähm na wie heißen sie Samples umzugehen weil irgendwie ich weiß auch nicht mit so einer Rolle ist es einfach einfacher so ähm ich hoffe dieses Tape bleibt mir noch lange erhalten kannst du mir bitte sagen woher du das hast ähm ich habe es auch glaube ich schon mal bei der lieben Sandra von Phailophili gesehen und ich liebe dieses Tape es ist so schön es ist zwar ein bisschen Hipster mäßig weil Hipster offensichtlich auch Galaxien mögen und Weltrauben Hintergründe keine Ahnung ich muss immer nur an diese Leggings denken und Rucksacke und äh Rucksäcke und Schuhe und was weiß ich äh was es jetzt davon nicht alles gibt ja deswegen aber ich mag es eben auch und ähm mich hat es die ganze Zeit an Dr. Who irgendwie erinnert weil ich ja auch dieses Bild für Ela gezeichnet hatte was ja auch so einen ähnlichen Hintergrund hatte und deswegen ähm habe ich die ganze Zeit daran gedacht genau so wie geht es jetzt weiter ähm mit den Tapes bin ich jetzt glaube ich fertig mehr will ich gar nicht verwenden weil ich glaube wenn das hier dann noch drin ist ähm naja es ist schon echt viel papapau und deswegen lasse ich das glaube ich ach ja die Briefmarken wollte ich ja vielleicht noch irgendwie mit rein machen muss ich jetzt gucken welche noch gut dazu passen die hier ist ganz schön cool die hier ist aber auch cool das wäre dann ja so könnte ja vielleicht irgendwie so zwei hin machen ja also ich glaube ich nehme lieber die hier statt die andere die so viel lila mit drin hat und ich mache das jetzt mit normalen äh kleber einfach fest genau ich glaube das blau passt irgendwie doch besser als dieses lila weil dann wäre es auch irgendwie ein bisschen zu viel lila so na hoffentlich habe ich noch dann überhaupt genug Platz für meine To Do's Mensch ich bin hier ja richtig Dekoratierungs freudig ich habe hier gerade kurz überlegt ob ich diese Briefmarke hier einfach drauf mache statt einem Aufkleber oder so weil ich glaube ich werde eh nichts passendes dazu finden und vielleicht mache ich ja so das Washi Tape so ein bisschen als Untergrund dazu das fände ich glaube ich ganz cool aber wenn dann so gerissen so wie will ich das jetzt hier haben vielleicht so irgendwie so wie will ich das hier haben so ungefähr dann so vielleicht vielleicht mit dem rosa auch das klappt ganz gut mit dem reißen ich habe das gefühl diese mt tapes sind irgendwie ein bisschen dünner als so meine anderen tapes aber ich finde das nicht schlimm irgendwie finde ich das trotzdem gut so ungefähr ich bin selbst ein bisschen überrascht von mir es ist diesmal wirklich mal was anderes ich finde das ganz gut ich freue mich schon auf die neuen stempel das gefällt mir tatsächlich ganz gut bisher okay dann würde ich mal vorschlagen dass ich hier erst mein to do stempel stempel genau das mache ich dann jetzt erstmal glaube ich so und dafür werde ich dann dieses pretty petunia nehmen weil ich dieses andere rosa dieses pink petunia dann für diese hintergrund stempel er glaube ich verwenden okay hoffentlich klappt das jetzt super das gefällt mir sehr gut ich habe gerade überlegt ob ich diese gestrichelte linie dann so als so eine art unterstrichenes dingens machen soll ich versteht ihr mich also mit dem gestrichelten strich das hier zu unterstreichen ja ich hoffe das war verständlich so das passt doch echt ganz gut das unterstreiche ich glaube ich mit dem rosa dann jetzt ja das gefällt mir gut sehr sehr schön sehr sehr schön ich hätte echt nicht gedacht dass mir stempeln mal so viel spaß machen würde das ist verrückt irgendwie so dann werde ich jetzt glaube ich mit diesen pünktchen meinen weiterbildungstag markieren ich habe das gefühl diese stempel nehmen die farben ganz anders auf irgendwie als diese hemer stempel ich habe ja sonst keine anderen stempel deswegen bin ich gerade sehr verwundert ja okay ich glaube dazu bräuchte ich eine etwas hellere farbe um das als untergrund von etwas verwenden zu können ja gut ich glaube es funktioniert trotzdem ganz okay jetzt überlege ich ob ich das nicht noch mehr verwenden sollte es steht bei mir leider noch nichts fest ich würde gern auch mal diese sprechblasenstempel mal verwenden und ausprobieren aber es steht einfach noch leider nichts fest bei mir aber vielleicht verwende ich diese punkte wirklich noch als so eine art deko element hier so ein bisschen an den seiten weil ich ja wie gesagt keine passenden sticker habe deswegen kommt das vielleicht ganz gut ich weiß es nicht wo genau will ich das eigentlich hinhaben vielleicht ja eher hier so einmal einmal zweimal und vielleicht noch unten nein nein ich bin so blöd ich war zu nah dran am blatt jetzt ist das doof nein so mal schauen wie sieht das jetzt zusammen aus also eigentlich gefällt es mir wirklich ganz gut außer dieser patze jetzt hier natürlich den ihr gar nicht sieht aber hier jetzt wahrscheinlich ja ich glaube so lasse ich das jetzt erstmal und mach den stempel mal wieder zurück ach ich freue mich echt drauf das alles mal auszuprobieren das hat heißt übrigens auch glaube ich weil das auf der verpackung jetzt irgendwo stand I am so happy right now das habe ich mir durch Tom Cruise gemerkt falls sich da noch jemand dran erinnern kann genau hier ist ja noch so ein Herzchen dabei aber irgendwie passt das jetzt leider irgendwie nicht so ganz aber gut ich glaube das genügt mir erstmal so ist die Farbe jetzt hier trocken dann kann ich meinen Weiterbildungstag hier eintragen so ich denke das war's erstmal ich runde hier schon mal die Ecken ab so und meine Locher brauche ich noch genau okay ich glaube das ist jetzt ganz okay soweit kommen wir nochmal zu der Project Life Korte ich klebe das jetzt erstmal aneinander das ist jetzt ganz gut getrocknet und dazu verwende ich auch einfach meinen Klebestift ja gut ist ein bisschen schief aber okay ach man das Tee gibt hier langsam ein bisschen auf irgendwie klebt es nicht mehr ganz so gut ich weiß nicht woran das liegt habt ihr da irgendwelche Tricks wie man clear stems wieder zum kleben bringt falls ja bitte sagt es mir so dann werden die Ecken auch hier mal abgerundet so ich denke ich bin fertig deswegen werde ich ähm das mal wieder in den Finalfax eintragen ach ich dachte schon kurz ich habe irgendein Loch vergessen so ungefähr sieht das dann jetzt aus ja ich bin ja doch eigentlich echt zufrieden man hätte jetzt auf die Project Life Karte noch irgendeinen lieben Spruch drauf schreiben können das habe ich jetzt mal gelassen weil ich bin gar nicht so der Fan davon soll ja auch einfach nur dazu dienen dass ich mir meine Stunden hier drauf schreiben kann insofern ist das jetzt auch nicht so wichtig eigentlich aber schön zu haben und es hat ja auch Spaß gemacht und vielleicht war es ja auch eine Inspiration für euch ansonsten ja die Stempel haben mir sehr gut gefallen ich bin froh dass ich die Briefmarken endlich mal verwenden konnte und die Farbkombi gefällt mir ganz gut von diesem dunkelblau lila rosa was auch immer und ja das war es dann soweit zu der Woche ich hoffe wie immer dass es euch gefallen hat und wie gerade schon gesagt vielleicht auch mal dieses Mal eine Inspiration für euch war und ansonsten hoffe ich dass wir uns spätestens nächsten Sonntag wiedersehen und ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche Tschüss Tschüss 10 Schuss 2 0 0 oder 1 3